Habt ihr euch immer schon mal gefragt, wie arbeiten erfolgreiche Produzenten? Mit welchen Programmen bzw. welchen Plugins? Starten sie mit dem Beat, mit einer Klavierspur oder etwas anderem? Entsteht der Mix während des Arrangierens oder ist der Mixdown ein eigener Prozess? Wie werden Stimmen bearbeitet, damit sie perfekt im Mix sitzen? Wird der Track vom Produzenten selber gemastert oder wird der Mix nochmal an ein externes Mastering-Studio weitergegeben? Mein Name ist Thomas Foster und all diesen Fragen widmen wir uns am 26. Juni in der dritten Folge von Mugent Sessions in Kooperation mit den Zeitschriften Keys und Recording Magazin und diesmal in Kooperation mit Bitwig. Bitwig unterstützt diese Folge von Mugent Sessions und gibt jedem Teilnehmer, der bei dieser Folge von Mugent Sessions live dabei ist, die Bitwig Studio 8 Tracks und zwar gratis. Das ist echt der Hammer. Also wenn ihr am Freitagabend live dabei seid bei dieser Folge von Mugent Sessions, bekommt ihr automatisch kostenfrei die Acht-Spur-Version von Bitwig Studio und damit den meines Erachtens besten Synthesizer, den man zur Zeit als Software haben kann. Unser Gast am 26. Juni wird Markus Binapfel sein, den die meisten Techno-Freaks unter dem Namen Kaiser Sozai oder wie er seinen Namen selber gern ausspricht, Kaiser Soße kennen. Markus lebt davon, als DJ seine eigenen Techno-Produktionen aufzulegen. Er ist als DJ mit seiner Musik bereits in großen Clubs in über 40 Ländern und damit auf jeden Kontinenten aufgetreten. Früher war er ein Teil von Big World Entertainment, die für die Hermes House Band und viele andere Pop-Trash-Produktionen, wie er es selber gerne nennt, mehrfach Gold und Platin bekommen haben. Doch heute produziert er nur noch seine eigene Musik und macht das mittlerweile mit der Software Bitwig Studios, von der ich selber ein großer Fan bin. Am Freitag, den 26.05. um 20 Uhr wird er live für uns eine seiner aktuellen Produktionen öffnen und uns genau zeigen, wie er arbeitet und welche Tools er verwendet, um seinen Sound zu kreieren. Und ihr könnt live dabei sein und über den Chat eure Fragen direkt an Markus stellen. Verpasst das nicht? Mewtion Sessions, Freitag 20 Uhr, live auf meinem YouTube-Channel Thomas Foster Musikproduktion. Ich freue mich auf euch. Bis dahin immer kreativ und vor allen Dingen gesund bleiben. Cheers!